Hallo, ich begrüße euch. Dass ihr euch jetzt dieses Video anschaut, das zeigt mir ganz deutlich, dass ihr daran interessiert seid, euch ein lukratives Nebeneinkommen aufzubauen. Es kann natürlich auch mehr sein, das liegt ganz an euch. Ich zeige euch jetzt den Ablauf, wie ihr an die Informationen kommt, wie ihr an die Videos kommt, die ihr euch bitte anschaut. Nehmt euch bitte diese halbe Stunde Zeit, es könnte wirklich euer Leben verändern. Also ihr habt das Video gesehen mit den Mitgliedern, mit einigen Mitgliedern unseres Gesundheitsnetzwerkes. Wenn ihr jetzt auf den Link klickt unter dem Video, dann kommt ihr jetzt auf diese Seite hier. Das ist so eine sogenannte Landingpage. Und hier müsst ihr dann euren Namen, euren Vornamen, euren Nachnamen, eure E-Mail-Adresse eintragen. Telefonnummer könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ihr könnt die Informationen auch so abrufen. Wenn ihr also euren Vornamen, euren Nachnamen und die E-Mail-Adresse eingetragen habt, dann geht ihr auf Absenden. Ich mache das mal eben testweise. So, mal schauen. Es müsste sich jetzt eine neue Seite öffnen. Das ist die Seite. So, ihr seht jetzt hier ist natürlich der Test-Account, den ich jetzt angelegt habe. Da wird jetzt euer Name stehen. Das bin ich. Mein Name ist Michael Schwerbaum. Ihr seht jetzt hier auch meine Kontaktdaten. Ihr könnt mich jederzeit kontaktieren für Fragen. Diese Seite ist sehr interessant, weil es hier verschiedene Videos gibt zu verschiedenen Themen. Es geht immer im Endeffekt um unser Geschäft. Jedes Video ist wichtig. Hier zum Beispiel findet ihr ein Video von Josef Büttmann. Der wird euch dann zeigen, wie ihr euch registrieren könnt, wie der Ablauf stattfindet. Dieses Video, das müsst ihr euch anschauen, ist von unserem Gründer Frank Felte. Er erklärt, warum es so wichtig ist, sich online ein Geschäft aufzubauen in Zukunft. Und, ja, wie es eben, ihr seht ja selber, was draußen passiert in der Welt. Es wird ja auch nicht besser werden. Und in der freien Marktwirtschaft mit einem herkömmlichen Einzelhandel zum Beispiel hat man es sehr, sehr schwer. Also man muss sich da schon online orientieren, um wirklich aus dieser Krise herauszukommen. Dieses Video zeigt dann unseren Vergütungsplan. Und diese Videos finde ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar, wenn ihr schon selbstständig seid, dann sind diese Videos auch interessant. Das ist für Selbstständige, das ist für Arbeitnehmer. Und wenn ihr kein festes Einkommen habt, dann könnt ihr euch dieses Video angucken. Dann geht es hier mit Erfahrungen. Es geht um Keto 28. Das ist ein Produkt von uns. Und hier geht es um ein CBD-Produkt von uns, das ihr euch anschauen könnt. Es werden Erfahrungen mitgeteilt über diese Produkte. Also wir haben Top-Produkte. Unser Unternehmen ist seit über 20 Jahren auf dem Markt und groß geworden. Ja, und groß geworden mit dem Teleshopping. Und da muss man schon sehr gute Produkte haben, wenn man da so lange auf dem Markt bleibt. Hier seht ihr noch ein Video über Umsätze und Provisionen, die man erreichen kann. Das Schöne an diesem Online-Business ist, dass es jeder betreiben kann. Unabhängig von Erfahrungen, vom Alter, vom Geschlecht, von Vorkualifikationen, von Schulbildung. Das spielt alles gar keine Rolle. Wir haben alle die gleichen Informationen und bekommen alle die tollen Tools. Und jeder hat die Möglichkeit, durchzustarten und sehr, sehr erfolgreich zu werden mit diesem Geschäft. Also, ja, ich hoffe, ich konnte euch motivieren dazu, euch die Informationen dann auch wirklich anzuschauen. Und im besten Fall dann auch als Partner zu registrieren. Und wir arbeiten dann zusammen. Ich habe mal einen ganz tollen Satz gelesen über Network Marketing. Und zwar, nur im Network Marketing haben gewöhnliche Menschen die Möglichkeit, außergewöhnlich viel Geld zu verdienen. Und das stimmen. Network Marketing ist das faireste Geschäftsmodell, das es gibt. Weil jeder, der hier Einsatz zeigt, dann auch erfolgreich wird. Ja, ich hoffe, dich dann als Partner begrüßen zu dürfen. Wünsche dir und deiner Familie ganz, ganz viel Gesundheit und noch eine schöne Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns kennenlernen werden. Michael Schwerbaum Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!